Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei HyperCharge Unboxed. Und alleine spiele ich das natürlich nicht, sondern die Plastikbombergruppe ist da. Im Namen der Olli als Dr. Krok. Hallo. Dann die Kim als Puh, Valkyrie. Amoin. Ja, irgendwie so. Dann der Daniel als Ritter der Kokosnuss. Das ist nur eine Plastikwunde. Und ich bin natürlich auch dabei als G.I. Joe. Keine Ahnung. Rambo. Oh ja, genau. Gut, wo sind wir denn jetzt? Irgendwas mit Spielzimmer, habe ich jetzt gehört. Jetzt habe ich auch den Namen schon wieder vergessen. Werden wir gleich sehen. Spielzeugpalast. Spielzeugpalast, Palast, ja. Sehr schön. Ich will in die K.A.K. Da gibt's Spielzeug-Ferraris. Und Spielzeug-Motorräder. Können wir Sachen bauen. Was können wir bauen? Oh ja. Stacheldraht. Unser Zeugs. Maschentraht-Zaun. Oh, Panzerbrechendes Zeug. In the morning. Maschentraht-Zaun. Late at night. Ach ja, genau. Ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Oh, ich mache schon mal die. Geht das überhaupt schon? Ja, ich mache die Sprungpalast. Oh, ich habe ein Collectible gefunden. Oh, Münzen, 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 Münzen. Super. Äh, ich hänge. Ich habe bisher noch keine einzige Münze. Ach, da hinten sind die alle. Ich bin, ich, ich, ich. Oh. Ich bin wieder frei. Wie schön. Ums. Da ist ein Paket. Und das will ich haben. Also, ich kann nichts anderes bauen. Ich kann nur wieder dieses Ding da bauen. Hier, so. Ah. Ach, Mann. So. Ach, da oben hätten wir mal hingemusst. Ich hätte halt gerne auch mal eine Münze eingesammelt. Hat jemand eine Münze? Wolle Münze habe? Nee. Gut, okay. Was haben wir denn wieder? Wir haben drei Kors. Tja, womit fangen wir an? Also, diese Böhmchen sind relative Verschwendung. Weil die machen einmal Puff und dann sind die weg. Die sind gegen schwere Gegner, wären die gut. Aber nicht, wenn so viel Kleinkram kommt. Toll, ich habe zwei Mauern gebaut und das ist vorbei. Tatsächlich, da können wir Maschentrotz haben. In the morning. Das sind ja Panzer. Ah, da hätten wir eine Batterie. Hui, ganz viele Münzis. Kommt man denn da jetzt wieder hoch? Oh Mann ey, immer jedes Mal erstmal rausfinden, wo wir überhaupt irgendwo hinkommen. Ah, ich suche Collectibles. Hier ist eine Waffe. Ich habe vorhin eine gesehen, aber da bin ich leider nicht hingekommen können. Das wäre auch, ja, will haben. Das ist beim grünen Chor oberhalb, in den, bei dem hängenden Spielzeug drin. Da war auch ein Collectible. Ah, okay. Dann schaue ich mal. 55 Sekunden haben wir ja noch. Ja, du bist ja unsere beste Collectibles-Sammlerin hier. Aha, ich kann etwas. Ach, der grünen ist da oben. Damit bin ich voll okay. Ja, wir sind ein Team, jeder hat seine Fähigkeiten. Alex kann sich zum Beispiel gut einladen lassen. Ja, kann ich. Klasse. So, hu hu hu. Aber ich will nichts sagen, ich bin hier total hilflos. Also meine Qualitäten müsste man auch noch suchen. Also wenn hier Panzersperren zu bauen sind, dann kommt doch sicherlich keine Panzer. Hu hu hu. Wer springt denn da gerade an mir vorbei? So, der ist noch nicht befeuert. Da ist auch noch Münzi. Ich würde gerne Panzer fahren. Man kann sich leider nicht ducken und in irgendwelche Ecken reingehen. Oh, ich glaube es geht los. Gegner kommen. Dann mache ich mal. Die Russen, die Russen kommen. Die Russen sind du ja. Wo ist denn mein Pulsgewehr? Ist das schon das Pulsgewehr? Ich habe ein Maschinengewehr. Oh. Plops, 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 plops. Okay, ich bin bei grün in der Nähe. Ich sehe noch keine Gegner außer dieser Drohne da. Ich bin hier bei, wo bin ich? Bei blau, da kommen sie. Irgendwas greift mich hier an. Ach nee, schon wieder so eine scheiß Drohne. Ach nee, jetzt kommen die auch noch von oben. Unfair, unfair. Aua. Und ich werde beschossen. Au. Mann, geh doch weg. Das ist wie. Weiß, kleines Mistding. Irgendwas schießt. Au. Was sind das denn für Dinge? Drohnen? Ja, Kleintroman macht auch Mist. Oh Gott. Mann. Was haben die auch alle? Die sind alle auf mich gegangen. Ich bin terminiert. Ah, gut. Glaub mir, nicht nur du hast Gegner. Ich habe folgende Drohne. Hey, hey, hey. Ist die frech oder ist die frech? Welcher? Der rote? Ich weiß nicht. Der rote, ja. Ist der einzige, der gerade damage bekommt. Jetzt geht doch weg da. Ah, sie müssen draußen bleiben. Was soll denn das hier? Oh, okay. Das war's. Glückwunsch, Alex. Das war wohl schon der Folgentitel, hm? Was? Ach, da ist was. Assis müssen draußen bleiben. Ja. Batterien suchen hier. Lock me, baby, one more time. Was haben wir denn hier? Granatwerfer. Will nochmal jemand? Welter Scheiße. Gott, ich hasse diese Springergai. Ich dachte gerade, Kim imitiert wieder irgendwie den Imperator oder sowas. Wann habe ich denn mal den Imperator gemacht? Ich habe keine Ahnung, wir haben es ja auch in den Röpferdfahrer. Aber egal. Ja, sollte ja nur ein Beispiel sein. Obwohl ich mal ausprobieren könnte. Nee, grün ist schwach. Geh mal hoch zu grün. Ach, das ist ja der mühsamste Weg. Toll. Was gibt es denn da zu kaufen? Schrotflinten? Nee. Liegt denn hier nirgendwo mehr Kohle? Was soll denn das? Na? Wo ist meine Batterie? Habe ich die fallen lassen in der Zwischenzeit? Hilfe! Ich habe irgendwo meine Batterie verloren. Du siehst sie aber normalerweise dann auf der Map mit so einem Batterie-Dings dann wieder. Ob das meine war, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich aus Versehen umgeschaltet. Wenn ihr da hochhüpft, ne? Da kriegt ihr jede Menge, ups, da wo ich jetzt versehen nicht wieder hoch bin, kriegt ihr jede Menge Münzen, ne? Wenn ihr da einfach mal lang hüpft. Ja. Warte. Wenn da noch keiner war von euch. Wo ist er denn? Wer bist du nochmal? Ich bin der gut aussehende. Stimmt. Der Vellikide-Ingenieur. Hä? Wo los sind wir da? Ich finde euch immer nicht. Hier, hallo, hier. Ich habe immer extrem Schwierigkeiten in so Multiplayer-Dingern die anderen Leute zu finden. Kenn ich. Oh, was ist das denn? Oh, nein. Ich suche immer noch Alex. Warte mal, der ist... Ich bin bei Blau. Beim Blauen. Okay, so. Und wo sollte ich hin? Wo es die Münzen gibt? Da, auf diese Dinger hier. Auf da hinspringen und dann einfach da lang. So, ja, da war ich schon ganz am Anfang. Okay, dann bin ich... Aber trotzdem... Wir hatten noch 100 Dinger. Hier kann man Militärturm bauen. Hier auf dem Schiebe... Ja, was bringt das? Ein Turm? Ich habe ein Collector-Bill gefunden. Ja, schön. Und was bringt der Turm? Er schießt. Das ist mein Granatschaffer. Der Turm schießt doch nicht. Der Turm schießt, oder? Wer will sich denn mal an welchem Korb positionieren? Ich könnte zum... Grünen hoch und von oben Granaten werfen oder so. Also, ich bin bei Rot. Ich würde einfach wieder bei Rot bleiben jetzt dann. Okay. Ich gehe mal zu Blut. Ich habe gern irgendwie eine andere Waffe. Weiß jemand, ob hier noch irgendwo eine rumliegt? Eine geile... Nee, ich habe da einen schlechten Überblick, was wann wo zu sammeln ist. Ich nehme mal, was ich zufällig kriegen kann. Der Militärturm ist einfach nur zum Hochlaufen. Bist du's so? So, geht's los? Ja, der schießt nicht. Ich feuere mal von oben Granaten runter, wenn ich denn... So, wo habt ihr euch jetzt hinverteilt? Ich bin bei Grün. Ich habe Rot und Blau im Blick, aber ich habe da keine wirkliche... Äh... Ich habe auch Blau noch im Blick natürlich. Aber... Ach, wir hatten hier schon wieder die grünen Pflanzen gebaut. Wo sind denn die Blobs? Ah, da kommt Spielzeug. So, da haben wir ganz kleine. Richtig. Wirklich wie bei Toy Story. Oh, ich komme nicht weit genug mit dem Ding hier. Blau ist leer. Oh, da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Ich wusste es, dass so ein Panzer kommen wird. Panzer tot. Die sind ja sieben nicht immer gesehen. Ach, da hinten kommt noch einer. Äh, Alex, bei dir rechts. Rechts? Rechts. Drück mich nicht immer in die rechte Ecke. Oh ja, da kommt ein Ländervarteil. Ach, da ist ja noch einer. Ach, was? Oh, die schießen übereinander. Ach, da ist mal... Oh, da kommt noch einer. Im Mittel kommt noch mal eine. Ich komme untertäuscht. Ja, ja, ich habe hier gerade... Ich schieße schon mit drauf. Ich wollte es nicht sagen. Da kommt noch ein Jeep. Plastik-Cheap. Ich hänge hier irgendwie fest. Was ist das denn? Boah, ich muss... Boah, jetzt fliegen sie. Nicht schlecht. Bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Irgendwas beschießt mich hier wie verrückt. Oh. Ich bin leider sehr tot. Ich auch. Oh, noch Fallschirmjäger. Ich glaube es einfach nicht. Ja, genau. Fallschirmjäger. Geil, ne? Au, 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 au. Oh, shit. Hier ist der... Was hat's denn da weggefeuert? Boah. Von wo? Ihr kleinen Biest da. Oh, ne? Zeben die ab. Au, 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 au. Die sind... Oh, ich bin tot. Ich glaube, ich habe eher einen Panzer erwischt. Ich glaube, ich habe auch einen richtig klasse. Das ist alles nicht klar. Ich bin schon wieder hin. Ja, ich auch. Oh, alles von allen Seiten, ey. Oh, bei Grün ist ja auch was. Dein Heini ist hier, ey. Grün ist frei. Ich hau dich so. Ich hau dich gleich. Das ist lustig, ey. Die kleinen Fuzzis. Wie er uns ermahnt, ne? Was tust du bloß? Ja. Pass doch gefälligst mal auf. Tu idiot. Tu mal was für dein Geld. Oh, ich stehe dir einfach rum. Oh, der Panzer, ey. Der hat mir voll eine gegeben gerade. Okay, warte mal. Ist hier hinten noch was los? So als Hobby. Haben wir's ja alle. Boah. Ja, leider. Ja. Das war sehr uncool. So kann nur noch uncooler werden. Eigentlich war's doch ganz witzig. Aber irgendwie immer werden diese Batterien nicht angezeigt. Oder ich bin grad blind dafür. Nee, man muss sie glaube ich schon noch finden. Ja, danke. Ich war gerade dabei drauf zu klicken. Ne, alles gut. Irgendwann. Irgendwann krieg ich den auch mal. Ich glaub auch. Handle, du hast den doch, oder? Hä? Hast du den dann nicht? Ist das nicht der Scharfschätzer? Oh, kommt nicht der her. Nee, aber den nehm ich gleich mit. So. Da ist ja noch einer gewesen. Ähm, bei Blau bräuchte ich mir mal ein bisschen. Was sind Verteidigungssachen? Moment mal. Moment mal, ich mach mal die Ecksen. Ich will aber doch lieber... Hä? Nein, nein, nein. Hä? Moment mal. Pulsgewehrwissi. Sowieso. Ah, ich mach alles zu. So. Okay. Und jetzt noch? Jetzt hab ich Schrodi. Das ist ne Batterien, da siehst du mal die. Ja, genau. So, war ich davor. Ähm, ja. Perfekt. Räuchte ich nur noch ein Ziel verloren. Ich hab mir mal den Granatwerfer gegönnt, der hier rumlag. Ich muss zur Kirsch. Äh. Nachher, siehste. Na, obwohl gesundheitsmäßig sieht's grad gut aus bei mir. Ich war als letztes respawnt. So, warte mal, Batterie einsetzen. Äh. Wie siehst du denn bei grün? Oh ja, grün braucht Batterie. Man, die meisten sind die einfach nur rausgeflogen aus dem Ding und liegen direkt daneben. Okay. Okay. Oh, hier gibt's was zum Bauen. Sehr schön. Baumaterial. Okay. Blau ist protected. Kam die eigentlich auch zu grün schon großartig hoch? Ja, aber grün, naja, nee, ähm, richtig viel war es nicht. Das waren, ähm, so, ja, so zwei, drei Viecher waren halt da. Ah, es hat halt doch gemüt. Brauchen wir noch ein paar Panzersperren, ne? Ja, ich mach hier auch was hin. Da liegt noch ein Maschinengewehr rum. Boah, das tut ich ehrlich gesagt mal wieder. In der Mitte hier oben, äh, auf dem, auf dem, ach, was ist denn das hier, so ein Container? Nicht Container. Das Schieberegale. Bist du da gerade? Ja. Ich muss dich mal finden. Hier oben. Ach, hier oben, wie kommt man denn da hin? Ähm, gegenüber auf die Regale und dann rüberhüpfen. Hier so? Ja. Okay. Hier so, ne, über die Mitte. So, Party. Oh nein, Schringel. Grüne Kreisel. Nee, so richtig weiß ich nicht, wie ich denn komme. Äh, rot Kreisel, ich hab aufs Brünn geguckt. Ich hab ja ein Maschinengewehr. Hä? Ich hab sowas wie ein Maschinengewehr, keine Ahnung. Okay, es scheint bei rot zu passieren. Ja. Ach, du scheiße, die Kreisel wieder. Wow. Ah. Diese scheiß Kreisel, Alter, was ist denn mit denen? Echt? Jeder, der mal Rayblade gespielt hat, ne, Alter. Da muss doch irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen sein bei denen. Zeit für ein Duell. Ah, das warst du schon, die Welle? Nee, das ist Jogio. Achso, okay. Nee, dann... War's? Ja. Das war's noch nicht. Doch, das... Wo sieht die eigentlich immer, ob noch ein Gegner übrig ist? Äh, steht oben. Oder? Oben links war's, ne? Da steht Welle und da steht... Hä? Ich seh's nicht. Keine Ahnung. Ich seh die Cores und ich seh Welle 4 von 4 und... Insgesamt ist hier gerade Ruhe. Oder kommt jetzt die... Jetzt kommt erst die vierte, ne? Ja. Gut, da haben wir noch was. Hier in der Mitte irgendwie was zu bauen, ist doch auch... Irgendjemand von euch macht's gerade. Ich bau da ein bisschen was. Ich hab grad noch so ein paar... Achso, da eine Panzersperre vielleicht. Okay, dann baue ich hier sowas. Oh je, schon wieder alle. Ah, da kann ich noch einen machen. Alright. Gut, wie sieht's denn so aus? Der Granatwerfer hat Spaß. Grün sieht auch gar nicht so gut aus, ne? Ich geh mal zu grün hoch. Irgendwie wurde der doch getroffen. Okay. Ne, dann bleib ich mit dem Granatwerfer wieder bei Rot, weil das passt ja nicht ganz gut, wenn dann das Zeug so ein bisschen rum... ploppt. Weil wenn wir hier bei grün nicht aufpassen... Ah, ja. Wenn wir hier bei grün nicht aufpassen, dann überrennen wir das einfach. Wobei ich noch nicht beobachtet hab, wer hier bei grün... Ach, da oben kann man... Wie kommt man denn da wieder hoch? Oh, da ist nicht nur so ein Summelpack. Wie kommt man denn... Ah, das Summelpack, vielleicht kriege ich das noch. Bei hier kein Geld. Jeder zweite Satz von uns ist jedes Mal, wie kommt man denn da hoch? Ja. Hups. Ist doch wahr. Ah! Egal, kann mir eh nix kaufen. Insofern, meinetwegen kann's losgehen. Ich bin auch aus dem Baumodus raus. Moment, Moment. Ich hab da noch was gesehen. Ich hab noch ne Batterie. Rot, rot, rot. Ja. Rot. Äh, wo ist denn rot? Da hinten ist rot. Ich sehe, ich eile. Ich bin auf den Weg. Und ich bin sowas von da. Jetzt nochmal Batterien finden, wäre wirklich nicht schlecht. Ach, ich hab auch eine. Was nehmen wir denn da als zweites? Den grünen, ne? Ne, den blauen. Den blauen. So, ich kann hier nochmal grad ein bisschen was bauen hier. Ich hab noch ein bisschen was gefunden. Okay, dann geh ich jetzt nochmal hoch zu grün. Ich glaube, das ergänzt ich dann, oder? Wenn ich Glück hab. Äh, sag mal alles. Ah, nein. Ist noch irgendwo was, wo man noch was bauen kann? Äh. Ich mach noch die Batterie, noch nicht starten. Ja, nee. Da hab ich noch. Ah, da hinten. Da ist das jetzt voll. Da oben ist noch ne Kirsche, falls jemand braucht. Scheiße, ich hab zweihalbe Batterie. Ja, wo ist oben? Ach, ich brauch nicht. Ich brauch nicht, alles gut. Collect the B. Ah, ich muss da hin. Ich steh hier oben, dann passiert hier wieder die ganze Zeit nichts. Wenn ich weggehe, wird das gemacht. Zwei von vier Objekten hab ich gesammelt. Ah, mein Gott, wir haben jetzt die vierte Welle und haben noch alle Cores, ne? Insofern. Oh, das hört sich doch wieder nach Luft an. Ne. Oder? Ich hab einen Laser. Hinten bei, äh, blau kommen sie. Und jetzt auch bei rot. Ach da. Ne, geh weg. Oh, wow, wow. Okay, wo sind sie? Ah. Wo ist denn der abgeprallt? Hilfe. Ah. Ah, wo ist das? Damn you. Jetzt kommen wieder Drohnen. Ja. Ja. Die sind gar nicht so leicht zu treffen. Oh. We have a cargo plane on the way and it's packed full of paratroopers. Irgendwo Pumpe oder was? Oh, der hat mich hier runter gefeuert. Panzer bei rot. Shit. Ja, bitte. Drohne bei blau. Bomber? Alter, diese Drohnen. Das ist ja schrecklich. Die sind richtig mies. Ah. Was war das? Holy shit. Okay, Panzer down. Ach, das ist, äh, ups. Kommt ihr klar? Ja, ne? Also, dann bei... Was ist grün? Nimm ich an. Da hängt was. Okay, blau braucht Hilfe. Moment, ich komme mal rüber. Ah. Ah. Oh, ich bin gleich hin. Es kommt Schieb. Also, entweder das sind die Panzer oder die Soldaten. Aber irgendwas macht mich aus der Nähe immer mächtig platt. Ach, da sind die Karren wieder. Okay. Oh. Da kommt noch ein Schieb. Blödes Ding. Fuck. Nein. Das hat nur mehr geworfen. Ah, jetzt kommen wir noch rum, oder? Was ist denn noch alles? Uff. Oh, bei Rot sieht es auch nicht so gut aus. Arbeite dran. Ah, ich bin tot. Und ich komme nochmal rüber zu Rot. Ebenfalls. Grünes hin. Wow, was schießt mich denn da hier? Oh, hat mich irgendwas probiert aus dem Leben gegeben. Okay, bei Blause auch was los. Aber noch ist es geschützt. Ja, ich bin bei nur reinhalten. Oh, ja, jetzt ist es nicht mehr geschützt. Ja, ich bin gerade da oben. Ich schieße nur drauf. Oh, oh. Oh Gott. Dieser blöde Bomber da oben. Okay. Blause sieht wieder besser aus. Oh, grün ist schon gefallen, ne? Grün ist gefallen. Das heißt, wir müssen bei Rot einfach nochmal... Oh. Ja, okay. Wo denn? Wo ist denn da noch was? Ach, ah. Konzentriert euch mal in die Luft. Ähm, da ist ein Bomber. Der schwebt da uns hin und her. Der macht uns den Schaden. Äh, jetzt ist er gerade weg. Der Bomber. Jetzt ist er weg. Bom, 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 bom. Der muss aber... Ah, da ist noch... Da sind noch so Soldaten hier. Ich habe doch gerade auch noch irgendwo Batterien gesehen. Die könnte man doch auch mal wieder einsetzen. Jetzt sehe ich es so wieder nicht mehr. Irgendwo höre ich noch irgendwas schießen. Ja, ich höre auch noch irgendwas schießen. Aber ich finde... Ah, da oben ist der Bomber. Da kommt er wieder. Der hält ja was aus. Was ist denn da? Ach, der wirft die ganzen kleinen Fuzzis ab. Ja, ja, ja. Gar nicht mal schlecht. Ach, witzig. Man kann ja... Man kann da einen Fallschirm zerbröseln. Ja. Zerbröseln. Okay, der fliegt hier seine Runden, ja. Der Bomber. Da bin ich schon der Bomber. Also dieser Laser, ne? Der ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Den mag ich. Wenn es jetzt nur noch der Bomber ist, dann geht's. Da kommt er. Oh ja, der hat auch einiges an Energie. Okay. Haha, ja stimmt. Den kann man die Fallschirme zerfetzen. Ey, du kleiner Heinz hier. Dich mach ich weg. So. Wo? Wird rot angegriffen? Nee, rot ist clean. Ja. Das ist wie der Bomber, der schießt einfach nur irgendwo durch die Gegend noch. Auch eine heiße... Äh... Ein heißer Leichenberg hier. Viel Plastik. Ja. Wo ist er denn, der nächste Bomber? Da, der kommt bei Rot. Wo kommt er? Kommt er von der anderen Seite? Ah ja. Rot, 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 rot. Jetzt ist aber dran hier. Ja, also. Yes. Oh, blauer Himmel. Habe ich in Errungshack 3 geschaltet. Oh, wir haben eine neue Karte. Tango 7, neue Konstruktion, Luftabwehrgeschütz. Luftabwehrgeschütz. Ja, das ist richtig gut. Hihi. Nochmal gucken, wie es hat. Tango 7. Yeah. Okay. Silber. Ja, aber eine neue Karte, wäre nicht schlecht. Das stimmt. Aha. Joa. Ich finde das witzig. Ich bin fast nie irgendwo erwähnt. Ich bin so der Durchschnittsspieler. Abgesehen von der Genauigkeit. Aber das ist ja normal. Na gut. Genauigkeit. 41%. 36%. 36%. Ich gehe trotzdem mal ins Menü zurück, weil wir jetzt ja noch keine neue Karte haben. Oder? Ja. Ja, ich befürchte, wir müssen nochmal die anderen machen und zwar dann eben perfekt. Ja. Von da einfach die Errungenschaften zu kriegen. Aber mehr so für uns, oder? Ja. Ne, ich denke mal, oder können wir noch was anderes machen, außer das jetzt, einen anderen Spielmodus, dass man da vielleicht noch was farmt. Es gibt noch freie Erkundung, es gibt, oh, hier gibt es gerade gar nichts anderes, weil wir im Koop zusammen sind, denke ich mal. Ich kann wählen zwischen freie Erkundung und Waves. Hm. Ja. Ich wollte ja nur sagen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen kürzer ist, vielleicht gucken wir es uns in Ruhe mal an oder gucken, was wir so für uns freischalten ohne den Zuschauer. Das war jetzt meine Botschaft. Achso, ja. Können wir gerne machen. Dann muteriere ich mal ab. Und zwar war eine sehr spannende Runde. Ich habe wieder nichts gerissen. Täglich Brot. Ich wünsche jedem noch einen wunderschönen Tag und ihr dürft euch jetzt auch verabschieden. Tschüss. Jo, bis dann, ne? Sie kamen von hinten. Tschüss. 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 Tschüss.